Fire Games Made with Unity Wanu, Fleshing Lights Passiert hier jetzt, was spielen wir jetzt? Wir spielen... Wir spielen... Somerland Click to begin Aber der ist ein bisschen laut? Da habe ich auch... Auto-save, Somerland uses an Auto-save-functions And Auto-save-functions That will automatically save your game Das war's schon irgendwie Ähm, ja, hallo und herzlich willkommen zusammen, was sich gerade aufgehängt hat Das war's schon 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 Okay, eine Sekunde Kann ich die Musik ein bisschen runterstellen? Nein Nein Wir schaffen das irgendwie, ähm Remain calm 3-2-2-1 3-2-2-1 Kann dich nicht benutzen Das war's schon Oh, okay Oh, okay Hello! Well You're probably pretty confused And That's fine It's to be expected But I have to explain all this constantly And I don't really care to do it again I'd say I do it hundreds of times a day But time doesn't really exist here, so... Look, all you need to do is walk outside into the hallway and into your first trial. Your body will be reenacting events exactly as they had occurred before. Simply put, your free will won't exactly be that free anymore. I'll be watching you so I can tally up your score, but... Fair warning, I typically deal with the... Um, let's just say the people I judge typically score on the lower end. So, have fun with that on your mind. So you understand what you're supposed to do? I'm just kidding. I know you can't respond. I've set all this up so you can't talk. I know, I know, it seems a bit harsh, but... If you had to listen to people panicking for eternity, you'd get pretty sick of it too. Oh, where am I? What's going on? I want to see my family! It gets annoying. You know, it's almost like no one even reads the sign I put up. Alright, enough talk. Head out into the hall and start your first trial. Let's get this over with. Sehr sympathisch, der Mann. Er wacht für uns also. Er sagt die gleichen Kameras wie bei dem Hitler-Spiel. Oh, gosh. Zwei. Eins. Was war das? Drei, zwei, zwei, eins. Drei. Zwei. Zwei. N. How are you holding up, Evelyn? You're not looking too hot. No, I'm fine. Just... Looking at this makes me feel sick. I'll get used to it. Yeah, it's hard the first few times. You're not a real investigator until you don't puke on the body. Matt! Matt! Let's talk about anything else. Did you check the report? No, not yet. I'll check it out. Try not to lose your lunch while I'm at it. Very funny. I need to check out that report to see what I'm working with. I think I'll left it on the hood of the cruiser. You can't leave yet. I definitely haven't found enough evidence. This truck sure has seen better days. I'd be surprised if you could even get it running. Max is sharp. It's good for chopping wood, but I don't think it was used in the murder. It says here that someone driving nearby heard a gunshot at the location. When they came to check it out, they saw the body. Only one shot was heard. No assailant has been identified. Not much more to go off of. No victims. What does it say? Just that some people heard a gunshot and saw the body. I'm not working with much. You hang tight. I'm going to have a look around. Okay. Well, Evelyn has a long way to go, but I think she's going to do well on the force. One of the most promising rookies I've met. Just takes time. A few more ride-alongs will do her good. Yeah, I'm not going in there if I don't have to. A few more ride-alongs will do well. A few more ride-alongs will do well, but then really like this... If the button seems funny, if I didn't do for a blur effect, I didn't do well. A few more than this. Why... Because... I feel like we're going to have a job here. That's what I think I've been a little while just seen. That's right, the van from the house, looks so nice that's nice. That's all right. A few more... I don't have to have some facts on this. A few more than some facts to do well. That's fine. We're going to go. A few more... Ich weiß nicht, was ich hier ist? Ich weiß nicht, was ich hier ist? Warum sieht er aus wie... Okay. Ich muss noch mehr Beispiele suchen, um Bilder zu nehmen. Es sollte nicht zu viel leften sein. Vielleicht sollte ich alles vor der Kabine finden. Sieht aus wie eine Liste von Kunden. Was immer außerhalb passiert, könnte ein Problem falsch sein. Äh, ich muss sagen. Für estate hat mir auch nicht mehr geholfen. Das ist so eine Schnutter. Der Mann war definitiv für etwas vorbereitet. Körnchen von Essen, Wasser-Junk. Ich glaube nicht, dass es für den Fall relevant ist. Oder zeigt die Mordwaffe, die da an der Tür stehen. Das ist ungefähr das, was wir... innerhalb einer Woche Essen trinken. Ja, ich weiß, dass da eine Waffe steht. Aber ich meine, ganz ehrlich, der Typ bereit ist, dass er sich auf etwas fordert. Er braucht nur ganz normal einen Vorratsschrank. Nicht nur die Menschen gefahren. Ich muss sich, wenn der K構 hier nicht sein, der in der Tür liegt, ist nicht unser Freund in der Tür. Dann könnte er nicht aus, da wäre. Und ständig. Hier, nur die Waffe mit. Oh, nee. Wenn der Kümmer hier nicht sein, der in der Tür liegt, muss er nicht aus, da wäre. Und ständig. Ja, das war definitiv nicht die Mordwaffe. Wenn das 2 ist, das war nochmal die 1. Ist die Kugel. Ich weiß nicht, wie er sich hier drinnen anschaut hat. Ich muss vorsichtig sein. Wenn die Person, die hier hier leben, nicht unser Freund, liegt in der Flur, könnte er da draußen sein. Und gesammelt. Mal, wahrscheinlich in his early 30s. Given the bullet hole in his head, I'd have to say he died from a gunshot wound. Looks like the bullet went straight through. I should probably take a look at that blood as well. Mal. Looks like someone had a bad day. Blood only seems to be coming from his head, so there likely wasn't much of a struggle. Oh, and would you look at that? Someone left a trail of blood. Hier bis hier vorne. Da hinten geht's weiter. Ah, hier sieht's. Ich hab' nicht gesagt, ich soll nah bei uns bleiben. Und schön, dass er über den Winkel laufen ist. Ah. Es sieht so aus, dass diese Handgun gesperrt wurde. Und ziemlich hastig. Es ist sicher, dass das an der Szene benutzt wurde. wings. Links oder rechts? Erstmal wohin. Dann hoch. Hells. Nicht tolles Sachen einfach. Leider. Einige Leute würden für das gute Geld bezahlen. Der Bluttrail geht in diese Kaffee. Ich muss vorsichtig sein. Der Bluttrail. Er hat eine Stabwound in seinem Abdomen. Er ist tief, auch. Er hat wahrscheinlich von einer Blutloss. Wahrscheinlich nicht zu lange, nachdem wir hier in die Kaffee gehen. Geht da hinten noch weiter aus der Höhle raus? Geht da nicht weiter. Oh, schade. Ja, gut. Gehen wir in die andere Richtung. Also der Typ hat ihn anscheinend erschossen. Wurde dabei erstochen von ihm. Und wollte abhauen. Kommt mir wissen komisch vor. Ich glaube nicht, dass es so geheppend ist. Einige Leute können wir mal da oben lang. Feste wie du. Ne, das kann man schon länger. Das Spiel funktioniert auch immer schon mal besser als das andere. Das ist schon mal ganz gut. Das ist schon mal ganz gut. Aber wenn ich gesehen habe, dass es fünf, sechs Töne gibt, und das ist ja schon... Hand, Dug. Wahrscheinlich bei jemandem hier wohnt. Zu klein für eine Person. Ich will nicht denken, was hier hier geboren ist. Das ist der Hund vom Foto. Hier ist der Wauwi. Der Wauwi ist also tot. Aber eine Sache fehlt uns noch. Wir hatten sieben von acht. Wir hatten sieben von acht. Gefällt uns das da hinten? Oder waren wir da schon? An den komischen Baum hier. Gut, hier ist nichts. die insofern wie gesehen glaube ich nicht mehr hier ist den dieser sieben er hat mir schon 8 7 ich wollte oben in der ecke steht doch immer wie viele von acht man hat oh god dammit not now LSD okay okay I'm okay I need to focus back on the investigation ich 1 2 3 4 mit und so dass die gleiche ist das ist auch von acht die beiden werden die sechs gar nicht fünf ist die Waffe wo ist die Waffe das ist die 400 dollars cash why toss it away all right I think that should about do it I should reconvene with Evelyn before we head back to the precinct what do you think happened what do you think happened do you don't mind me asking well I'm gonna need to review a lot of it but here's my theory our friend here on the ground came here to get his hands on some pills maybe during the deal he had the bright idea that maybe he could leave with his pills and his money so he took a gamble and stabbed his dealer in turn the dealer acted in self defense and shot the guy killing him scared the dealer grabbed everything and ran or at least got away as fast as he could with a stab wound he tried to discard the evidence as he went but he didn't really have time to hide it he got to the cave before realizing he couldn't get any further so that's where he stopped to bleed out and die Jesus again that's just my theory there'll be a whole lot more review and it's just a whole process yeah hey Matt can I ask you a question what's up Ev why why do you think this happens what do you mean a drug deal gone wrong no no just these people why did they resort to this just seems like some people don't see right and wrong maybe I'm just being naive but I can't put myself in that headspace killing another person by choice hmm I don't know if anything brings them to it I think they may just be that way hardwired to do wrong I don't know I don't have much remorse for them they've done bad in my eyes if you do something wrong you deserve what's coming to you you can't start sympathizing for them that's when you start getting bad at your job yeah yeah that makes sense alright let's get back in the cruiser head back to the precinct I need to sort through all of this yeah right behind you I need to get back in the cruiser I need to get back in the cruiser I need to get back in the cruiser Ach, wir erfahren jetzt deine Geschichte? Ja, jetzt ist Nummer 2 freigeschaltet, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es gibt also 9 Türen, wir haben 21 Minuten geschafft, ich würde sagen, dass Sie erwarten bis in der nächsten Folge, bei Summerland, hau rein und Toodaloo!